Die Spannungen nehmen zu, als Katie Holmes und Meghan Makele beim Filming Italy Sardinia Festival aneinander geraten. Das alljährliche Filming Italy Sardinia Festival ist normalerweise eine Gelegenheit für Hollywoods Elite, zusammenzukommen, ihr Handwerk zu feiern und sich in der malerischen mediterranen Umgebung zu sonnen. Doch dieses Jahr wurde das glamouröse Ereignis durch eine dramatische Konfrontation zwischen zwei der größten Stars der Branche, Katie Holmes und Meghan, Herzogin von Sussex, getrübt. Der Ärger begann kurz nach Meghans Ankunft auf der idyllischen italienischen Insel. Dem Festive nahestehende Quellen berichten, dass die ehemalige US-Schauspielerin nervös war und verzweifelt nach einem Fotomotiv suchte, um ihr öffentliches Profil zu stärken. Meghan schwebte ständig auf dem roten Teppich herum und versuchte, sich in Interviews einzumischen und vor die Kameras zu treten, verrät ein Insider. Sie schien sich ausschließlich darauf zu konzentrieren, positive Schlagzeilen zu generieren, anstatt das Festival selbst zu genießen. Dieser zielstrebige Ehrgeiz brachte Meghan offenbar auf Kollisionskurs mit ihrer alisenden Katie Holmes. Der Dosenskriegstar, der bei der Veranstaltung als besonderer Gast und Moderator fungierte, soll über Meghans Verhalten zunehmend verärgert gewesen sein. Katie hält sich heutzutage lieber relativ unauffällig, erklärte die Quelle. Sie war dort, um ihre Filmprojekte zu unterstützen und sich mit Branchenkollegen zu vernetzen, und nicht, um sich mit dem Drama eines ruhmhungrigen Königshauses auseinanderzusetzen. Am zweiten Tag des Festivals eskalierten die Spannungen schließlich während einer hochkarätigen Veranstaltung auf dem roten Teppich. Augenzeugen behaupten, dass Meghan, als sie versuchte, sich für ein Foto neben Katie zu positionieren, ihr von der Schauspielerin aus Wonder Woman 1984 den Weg versperrte. Katie sah Meghan nur an und schüttelte den Kopf, dann wies sie ihr Sicherheitsteam an, Meghan physisch aus dem Gebiet zu entfernen, berichtete der Insider. Sie wollte nicht zulassen, dass Meghan ihr Rampenlicht stiehlt. Die Konfrontation geriet schnell ins Chaos, und die beiden Frauen gerieten in einen hitzigen Streit, als Meghans Sicherheitspersonal versuchte einzugreifen. Die Organisatoren des Festivals waren schließlich gezwungen, einzugreifen und die verfeindeten Prominenten zu trennen. Berichten zufolge wurde die sichtlich verärgerte Meghan daraufhin von ihren Betreuern auf den Rücksitz ihres Autos gezerrt, während Katie Holmes ihre Auftritte auf dem roten Teppich ruhig fortsetzte. Dies war nicht das erste Mal, dass die beiden Schauspielerinnen uneins waren. Ihre Rivalität lässt sich bis in die frühen 2010er Jahre zurück verfolgen, als beiden nach hochkarätigen Rollen und Magazin-Covern suchten. Branchen-Insider vermuten, dass der anhaltende Unmut über diesen professionellen Wettbewerb die anhaltenden Spannungen zwischen ihnen angeheizt hat. Katie und Meghan waren sich nie wirklich einig, erklärte eine mit der Situation vertraute Quelle. Sie sind beide willensstarke Frauen, die es gewohnt sind, ihren Willen durchzusetzen. Die Tatsache, dass sie in einer ähnlichen Altersgruppe sind und benachbarte Bereiche der Popkultur besetzen, hat die Rivalität nun noch intensiver gemacht. Der Vorfall beim Filming Italy Sardinia Festival hat natürlich eine Welle von Medienbeobachtungen und Fanspekulationen ausgelöst. Viele nutzten die sozialen Medien, um ihre Meinung zu dem Zusammenstoß zu äußern. Einige stellten sich entschieden auf die Seite von Katie Holmes und verurteilten Meghans angeblich aufmerksamkeitsstarkes Verhalten. Katie hatte völlig recht, Megan in die Schranken zu weisen, schrieb ein Twitter-Nutzer. Megan muss lernen, dass sich die Welt nicht nur um sie und ihren königlichen Status dreht. Sie kann sich nicht einfach an jeden Fototermin hin andrängen. Andere sind jedoch zu Meghans Verteidigung gekommen und haben Katie vorgeworfen, unnötig konfrontativ und eifersichtig auf den weltweiten Ruhm der Herzogin zu sein. Katie Holmes wird eindeutig durch Meghans Talpower bedroht, argumentierte ein Kommentator. Sie ist nur eine ehemalige Schauspielerin, die versucht, an Relevanz festzuhalten, indem sie eine erfolgreichere Frau schikaniert. Trotz der öffentlichen Aufregung haben weder Katie noch Megan die Auseinandersetzung direkt angesprochen. Beide Parteien bewahrten diplomatisches Schweigen und überließen es den Organisatoren des Festivals, die Scherben aufzusammeln. In einer nach dem Vorfall veröffentlichten Erklärung drückten die Organisatoren des Filming Italy Sardinia Festivals ihr Bedauern über den unglücklichen Vorfall aus und bekräftigten ihr Engagement, allen Teilnehmern ein harmonisches und respektvolles Umfeld zu bieten. Das Filming Italy Sardinia Festival ist eine Veranstaltung, die der Feier der Kinokunst und der Förderung des kulturellen Austauschs gewidmet ist, heißt es in der Erklärung. Wir dulden keinem Verhalten, das diese Mission stört oder den Spaß unserer Gäste beeinträchtigt. Wir arbeiten daran, sicherzustellen, dass alle zukünftigen Veranstaltungen reibungslos und ohne Zwischenfälle ablaufen. Es bleibt abzuwarten, ob Katie Holmes und Megan, Herzogin von Sussex, das Kriegsbeil begraben und professionell vorankommen können. Langjährige Rivalität scheint einen Siedepunkt erreicht zu haben, und die Folgen dieses jüngsten Aufeinandertreffens könnten weitreichende Folgen für die Karrieren beide haben. Der Fokus liegt vorerst weiterhin auf dem Festival selbst, das weiterhin einen stetigen Strom hochkarätiger Talente anzieht. Und Brancheninsider hoffen, dass sich die Aufmerksamkeit wieder auf die Filme und Aufführungen richten wird, die im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen. Letztendlich soll dies eine Feier des Kinos sein, schlussfolgerte die Quelle des Festivals. Wir hoffen, dass Katie, Megan und alle unsere Gäste ihre Differenzen beiseite legen und sich daran erinnern können, warum sie hier sind, um ihre Kunst zu teilen und mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten. Das ist der Geist, den wir kultivieren wollen, nicht dieses kleinliche Drama. Ob die beiden Schauspielerinnen diesem Aufruf zur Einigkeit folgen können, bleibt abzuwarten, aber eines ist sicher, das Filming Italy Sardinia Festival 2024 wird weit mehr als nur in Erinnerung bleiben. Atemberaubende Kulisse und filmische Angebote. Untertitelung des ZDF für funk, 2017